Blauspferd I von Franz Marc Blauspferd I gehört zu den bekanntesten Werken des deutschen Künstlers Franz Marc, der als einer der bedeutendsten Maler des Expressionismus gilt. Das Bild ist Teil der Künstlergruppe der Blaue Reiter, welche aus der neuen Künstlervereinigung München hervorging und von Marc zusammen mit Vasily Kandinsky gegründet wurde. Im Mittelpunkt steht ein blaues Fohlen, welches fast die gesamte Höhe des hochformatigen Bildes einnimmt. Während der Oberkörper eher in einem hellen Blau mit weißen Stellen erscheint, wurden Hufe und Mähne in einem dunklen Marineblau dargestellt. Das Tier wirkt ungelenk, schwebt nahezu mit den Hufen vom Boden gelöst über dem unteren Bildrand. Den Kopf hat es zur Seite geneigt, als sei es traurig oder beschämt. Obwohl es ein Inbegriff der Avantgarde des 20. Jahrhunderts darstellt, wurde das Werk zum Zeitpunkt seiner Entstehung verpönt, sogar bespuckt. Die fremde Darstellung von Tieren fern von der naturalistischen Wahrheit wurde nicht angenommen. Heutzutage ist es genau aus diesen Gründen beliebt. Die hügelige Landschaft um das Fohlen herum spiegelt verschiedene Farben wieder, die im starken Kontrast zueinander stehen und voneinander abgegrenzt sind. Es wurde mit den Komplementärfarben Rot und Grün sowie Blau und Gelb gearbeitet, die sich als kleine Berge durch den gesamten Bildhintergrund ziehen. Starke Pinselstriche sorgen hierbei für eine Lebendigkeit, eine Vegetation. Franz Marc verfolgt mit seinen Darstellungen stets die Intention der Emotionalisierung. Die spiegelt sich deutlich in seiner Farbwahl wieder. Die Wirkung seiner Farben ist ihm so wichtig, dass er ein eigenes Farbgesetz entwickelt. Demnach vertritt Blau das männliche Prinzip das geistige. Es ist notwendig für Tier und Mensch und somit die wichtigste Farbe. Gelb gilt als das weibliche Prinzip, sanft und sinnlich. Die Materie wird durch Rot dargestellt, sie gilt als schwer und brutal und muss von den anderen beiden Farben bekämpft und überwunden werden.